Hallo lieber Star Wars Jedi Fallen Order Zocker, hier der 21. Teil meines Walkthroughs. Ja, nach der erfolgreichen Flucht von Datumir sind wir jetzt hier auf Illum gelandet, wo wir den Jedi-Tempel genauer untersuchen werden und am Ende dann auch endlich wieder unser geliebtes Lichtschwert in den Händen halten werden. Die Story wird hier extrem vorangetrieben, aber ich will nicht zu viel verraten, das war es auch schon von mir. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit dem Video, mach's gut, bis bald und tschüss. Jeder Jedi kommt als Kind her. Also, kam hierher, als es noch Jedi gab. Das da sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Der schlimmste Blizzard meines Lebens. Sturm, der Tempel, alles scheint miteinander verbunden. Gehts. Das ist erstmal das. Gehts. Gehts. Geh! Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Ich hör dich, BD. Zeig mal. Den Raum kenn ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht. Mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Ich wette, das können wir auch. Ich wette die Wärme. Ich wette dich. Ich wette dich. Ich wette die Wärme. Ich wette mich. Ich wette mich. Was ist das? Okay. 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 Ich hör dich BD. Zeig mal. Ich hör dich. Ich hör dich. Aus den Rissen unter Wasser trinkt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Gidi können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja. So ähnlich wie du. Vorwärts BD. Hoffentlich hält das. Wow. Echt knapp. Der Ruf wird stärker. Beeilung. Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein. Geht das nicht. Es ist schwer hier zu sein. Danke dir. Asensi. Wir haben die uns gefunden. Los geht's. Los geht's. usalern. Nemente. Tschüss. Achso. Leben. Sch Essensi. Wenn die察 gegen mich ist. Wer über die alles verечert... Recht laufen. Nicht mówią. Das ist er. Ich sehe sein Licht. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Bitte, komm bloß nicht näher. Bitte? Ja! Vertraue mir. Ja. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Nein, nein, nein. Nein! Nein! Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Das ist gut. Das ist gut. Es ist gut. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein! Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's ne Chance. Es gibt immer ne Chance. Komm schon. Komm schon, draugetermin straight und schreit. Du hast gut geschenkt. Du hast du ja keen sticks. Komm schon raus. Langsam kmpass, älteres lשוב. Komm schon raus, Ent saute Kan何 also. Komm doch raus, Los Alterus. Komm schon raus. Erают die Moginsagin, wurde er seit dieser Seite möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Er ist weg! Komm schon, auf ihn! Ich bin an ihn dran! Ich hoffe, das nicht allein! Mein Fein, da unten! Komm schon, ich! Kämpf gegen uns! Verbündete in den Boden! Ich hab dich nicht mehr! Ich kann es! Darf ich vorstellen? BD! Großartig! Integritätsgefährdet! Wirklich beobachtet! Noch eine verschlossene Tür für dich! Tia, wir müssen hier weg! Sie nehmen Illum ein! Alles in außen? Nein! Oder entdeckt! Und das ist nicht alles! Wir bauen Kalberkristallat! Käpt'n, bereit machen zum Start! Der Jedi ist hier! Der Jedi ist hier! Der Jedi ist hier! Ich will sehen, wie du loswerst! Nur du und ich! Ich beobachte dich! Ich bin kein Problem! Ich bin kein Problem! Abenteuer! Über uns! Hinterklasser! Die Leiden verleiden! Die Leidenverluste! Ich brauch eine Sekunde! Auf ihn! Schalten wir ihn aus! Ruhig halten! Lasst ihn nicht weglaufen! Lasst ihn fertig! Er ist getroffen! Bringt es zu Ende! Schießt sich wenigstens einigermaßen in seine Richtung? Das ist das für ein Gefühl zu bluten! Verfolge ihn! Schaden, Elis! Schnellen! Geh ab, schnell! Du bist auf allen imperialen Kanälen. Sie schicken alles, was sie haben. Ihr und Gris seid sicher? Wir sind versteckt, ob er der Sturm zieht. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Hier sind überall Sturmtruppen. Elum war unser Planet, Kerl. Das dürfen Sie nicht vergessen. Gedi, Information! Oh nein! Er ist tödlich! Macht ihn fertig! Systeme fangen aus! Ihre Überlebensaufgaben ist gering. Sehr gering. Macht ihn fertig! Bringt es auf die Seite! Goddard! Auf mit! Ziel weit aus! Er kann uns nicht alle besiegen! Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternenzerstörer im Sektor kommt hierher. Wenn Sie vor dir hier ankommen. Nein, Sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Tia, da kommt Besuch! Luis soll die Mentes fließen! Halt! Bin im Imperium im Schlepptauch? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir! Okay, wir schließen das Schiff. Okay. Halt! Gut gemacht Ohne euch alle wäre ich nicht hier Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi Und einen gescheiterten Padawan Ein Haufen Versager Das kannst du laut sagen Auf BD kann man sich verlassen Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen Aber auch wenn es unmöglich erscheint Ihr beide würdet alles opfern und weitermachen Scheitern ist ein Teil der Reise Jetzt verstehe ich Danke Euch allen So Ich möchte mich auch Wang